So, liebe Leute, Luxmaxing Teil 1 hat euch gefallen, wie ich gelesen habe. Und ich finde es auch interessant und auch witzig. Also machen wir hier weiter mit Teil 2. Das macht schon Spaß. Und wen haben wir denn zum genüsslichen Einstieg hier? Offensichtlich den eher obdachlosen Anteil der Kelly Family. Oder ist es vielleicht doch jemand anderes? Es könnte auch Brad Pitt sein, der dann hier rechts mal auf die glorreiche Idee kam, sich vielleicht mal ein bisschen zu waschen. Wenn er ein bisschen Schmierseife hätte, dann wäre es vielleicht besser gelaufen. Und ich habe in Teil 1 auch den Kommentar gelesen, ja, aber das sind auch attraktive Leute, die haben noch gute Voraussetzungen und attraktive Gesichter. Darum geht es mir ja gar nicht. Das habe ich auch zwölfmal erklärt in Teil 1. Selbst wenn du nicht so ein Gesicht hast, beziehungsweise erst recht, wenn du nicht so ein Gesicht hast, dann kannst du erst recht nicht das Styling hier an den Tag legen. Da musst du erst recht das Beste rausholen natürlich. Das ist ja lokal. Und ob man ein gutes oder schlechtes Gesicht hat, ob man gute oder schlechte Voraussetzungen hat, das merkt man halt oft erst, wenn man mal das Beste draus gemacht hat. Denn Christian Bale zum Beispiel vom letzten Mal, da wüsste überhaupt keiner, dass er vielleicht gute Gesichtsfeatures hat, wenn er von Kindheit an ein bisschen gerne und ein bisschen viel gegessen hätte und deshalb nie den niedrigen Körperfettanteil gehabt hätte. Ja, wisst ihr Bescheid. Dann haben wir hier nochmal Brad Pitt, so mit der Trottelfrisur von Burn After Reading, als er auch den Obertrottel spielt. Und da war er ja jetzt nicht Anfang 20, aber sieht praktisch wie 16 aus hier. Warum? Ja, glatt rasiert, kann ich selten empfehlen. Und natürlich die bescheuerte 90er, die Kinderfrisur hier, der Skunk oder wie sie es genannt haben, das Stinktier. Und was auch super viel ausmacht, das ist aber mehr so eine Ausstrahlungs- und Innergame-Sache oft, ist die Augenpartie. Das heißt, ob man hier wie so ein Reh im Scheinwerfer-Licht guckt, das kommt oft von inneren Storys wie, ach, wer bin ich schon und bla bla bla. Und so Dinger wie Nervosität spielen da auch stark mit rein. Oder ob du die Augen halt entspannt hast und eine selbstsichere Story in dir am Laufen hast, wie ich bin okay und ich bin in Sicherheit. Und es ist schon in Ordnung, dass ich hier existiere. Und natürlich, ja, hat er auf meine Empfehlung aus dem ersten Teil gehört, ein bisschen Produkt in die Haare geschmiert. Ja, das gefällt mir. Und hier so ein bisschen Bart, weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so der Style sein muss, aber das darf man auch nicht verkennen, das macht schon was aus. Wenn das jetzt hier auch noch glatt rasiert wäre, dann würde das einen Ticken weniger männlich rüberkommen. Deshalb, wenn was wächst, gerne wachsen lassen, aber nicht so halt. Und mit ein bisschen längeren Haaren und so ein bisschen macho-mäßig zurückgeknallt mit entsprechend Produkt und vernünftigen Klamotten. Und so einer, wie ich finde, eher merkwürdigen Zuhälterbrille, kannst du hier so den Ficker-Style draus machen, den James-Bond-Style. Oder wenn du es ein bisschen abwandelst oder auch übertreibst, hier so den, wie soll man es nennen, Biker-Schläger-Typ, Rock'n'Roll-Typ, wie auch immer man das nennen will, diesen Style hier. Und das ist ja schon ganz interessant, dass das derselbe Typ wie er hier ist. Deshalb, einfach mal rumprobieren, was so euer Style ist. Dann haben wir den unfassbar schönen Tom Cruise, wo einfach alles stimmt, außer, dass er schon immer eine relativ merkwürdig verfitschte Figur hat. Müsst ihr mal gucken in den Film, wo er oben rumspringt, einen ganz merkwürdigen Oberkörper hatte. Der ist auch so ein Männlein, ganz komische verfitschte Figur und dann irgendwie eine ganz merkwürdige Riesennase und die Zähne auch schief und das Grinse-Gesicht. Der sieht aus wie Hitler und hängt, glaube ich, sogar auch damit zusammen, weil er eine Filmrolle in der Richtung spielen musste. Und dann hier so ganz ohne, ganz glatt rasiert und hier so ganz ohne Koteletten und dann so lange Haare. Horror, absolutes Horror-Styling und ist auch schon ein bisschen älter das Foto. Aber an sich vom Styling her ja ganz okay. Hier den Pulli mit dem Shirt, die Stecheruhr und vernünftige Jeans. Aber das geht ja vielleicht noch ein bisschen besser. Und hier ist er dann auf einmal so der Stecher-Südländer mit dem schicken Hemd hier bis zum Bauchnabel offen. Die entspannten Haare, bisschen länger. Nicht so die Hitty- und Spießer-Frisur. Sorry, Hitty. Aber du weißt, dass es so ist. Und was er natürlich hat, ist ja die charismatischen Augen, das Winner-Grinsen und so weiter. Aber was bei ihm ganz komisch ist, er hat hier den Einser oder wie es heißt, den linken vorderen bzw. seinen rechten vorderen Zahn hat er genau in der Mitte. Das ist ganz merkwürdig. Es wird immer absurder, je öfter man sich das auf Bildern anguckt. Und da ist er halt auch mal ein bisschen braun extra für das Interview hier wahrscheinlich nochmal im Urlaub gewesen. Und das macht natürlich auch ein bisschen was aus. Dann hier damals so als Jungspund mit den 90er-Haaren. Sieht auch für damals ganz lässig aus. Und würde auch heute noch lässig aussehen. Zumindest 7000 Mal lässiger als die Katastrophe hier. Und dann hier rechts wieder so der klassische James-Bond-Style mit ein bisschen kürzeren Haaren. Dann aber jetzt kein Mäcki oder Mäuseruppschnitt, sondern halt so eine klassisch männlich erwachsene Frisur. Und wieder der niedrige Körperfettanteil, dass die Konturen ordentlich rauskommen. Und je nach Typ und Gesicht und Bartwuchs kann dann auch sowas gehen. Also ein bisschen der Krieger-Stecher-Typ mit einem schönen Bacht und den Haaren ein bisschen länger, wie es bei Lars Samurai war. Da muss man dazu sagen, das Bild ist natürlich 27.000 Stunden lang bearbeitet. In dem Film sah er nicht immer so böse und so lässig aus wie hier. Aber wie gesagt, je nach Typ kann sowas durchaus auch vernünftig aussehen. Und vor allem, wenn du dann mit dem Gesichtsausdruck der Samurai-Rüstung und den Schrammen und Blutflecken im Gesicht auf der Party auftauchst. Da wissen die Ladies, was gebacken ist. Und hier haben wir ihn dann nochmal wahnsinnig attraktiv als Les Grossman von Tropic Thunder. Und so sieht er auch nicht aus. Er hat sich das nicht angefressen, sondern da haben sie ihm halt Prothesen und einen Bart dran geknallt. Und hier die Hände sogar dicker gemacht. Und das könnte sogar sein, dass das hier seine eigene Uhr von dem Bild eben ist. Weiß ich nicht genau. Könnt ihr ja, wenn ihr wollt, mal investigativ rausfinden. Und dann halt noch so tendenziell die Vergewaltiger-Brille hier. Plus den Haarschnitt dazu und die Haare überall und so weiter. Also das ist jetzt ein Style, der ihm nicht gut tut. Das heißt, ist zwar Bad Boy-mäßig vielleicht. Aber in die Richtung sollte es vielleicht nicht gehen. Dann haben wir hier nochmal so die klassisch entspannte James-Bond-Frisur. Und hier dann nochmal mit Kollege Hitti Pfiffi auf dem Kopf. Und wenn ich das richtig sehe, hier einen viel höheren Körperfettanteil, dass die Gesichtszüge auch flöten gehen. Weiß ich nicht, ob er sich das wirklich angefressen hat. Sieht mir hier so aus. Und dann hier als Jungspun nochmal mit der blöden Kinderfrisur, die es jetzt nicht besser macht. Sieht das schon lässiger aus hier. Oder mal sowas, mal ein bisschen Produkt da rein. Und dann hier auch wieder zu sehen, der relativ niedrige Körperfettanteil, wodurch die Konturen dann rauskommen. Und das vor allem nochmal im Kontrast hier zu dem entweder hohen Körperfettanteil oder voller Botox geknallt hier. Und das habe ich gerade noch gefunden. Das dürfte gephotoshoppt sein. Oder es ist ein Typ, der ihm ähnlich sieht, aber hat auch den Zahn hier in der Mitte. Und die Augen, von daher gehe ich aus, dass das gephotoshoppt ist. Aber in die Richtung würde es vielleicht gehen, wenn er sich immer hätte gehen lassen. Aber wie wir hier sehen, unterm Strich natürlich immer noch, ja, wir haben einen auf hohem Niveau. Ja, so ist es leider. Gut, hier sieht sie aber ein bisschen besser aus zu ihrer Ehrenrettung. Ja, wollen wir nicht zu viel reinspringen, bevor es hier eine ziemlich lustige Steinigung seitens der lieben Feministinnen wird. Und dann, wo wir gerade schon mal so schön beisammen stehen, können wir auch gerade noch hier die Bartfrage klären. Und zwar hier so der vernünftige Star-Anwalt, der den Zahn genau in der Mitte hat, zum stechermäßigen Samurai-Freiheitskämpfer. Und was auch oft was ausmacht, ist hier so ein Stehkragen. Das heißt, wenn ihr irgendwie könnt, kauft euch die Samurai-Rüstung mit dem entsprechenden Stehkragen. Und das sieht dann hier so glücklich gefallen auch aus, aber da ist auch wahrscheinlich ein Kilo-Produkt überall drin. Aber der Bart hier, der kann auch schön nach hinten losgehen. Jawohl, gut, das liegt mehr an der Zahnspange und dem verrückten Haar-Stil. Und so wird es dann eher bergab gehen. Da muss man ein bisschen rumtesten, ob man der Typ dafür ist, ob einem das steht. Und hier ist er natürlich wesentlich jünger, aber hier diesen Bart-Style hätte ich dann gerne mal ohne Mackie gesehen. Hat er zwar Produkt, ja, also Daumen hoch von mir, aber natürlich hier so den Mackie- und Mäuserubschnitt. Den Bart-Style würde ich gerne mal mit einer vernünftigen Frisur sehen. Also, Herr Cruz, bitte mal machen und schicken die Fotos. Warum machst du es denn nicht? Warum machst du es denn nicht? Vor was hast du denn Angst? Und hier habe ich gerade noch so gesehen, hier so diesen ziegenmäßigen Kinnbart kann ich überhaupt nicht empfehlen. Und hier nochmal mit einem auch eher fragwürdigen Styling für den Film, geboren am 4. Juli. Ja, wenn er jetzt so als Klient zu mir kommen würde, würde ich ihm davon auch eher abraten. Dann, wen haben wir hier? Josh Holloway von Lost. Total attraktives Gesicht, aber man kann es fast noch versauen, indem man hier diesen Kindergarten-Style-Mäuserub-Haarschnitt, was auch immer das sein soll. Und dann hier die Trottelläge-Einpack-Typ-Uniform. Wenigstens hier die Koteletten so ein bisschen lässig. Dann das glattrasierte steht ihm absolut überhaupt nicht. Er hat schon fast ein zu eckiges Gesicht und das kommt dann so ganz merkwürdig raus durch das glattrasierte. Und das Ganze könnte dann auch so aussehen wie bei Lost. Und das ist ja praktisch so der ähnliche Style wie hier Kollege Cruz bei Last Samurai. Hier ein bisschen kürzer, hier ein bisschen länger, ein bisschen Koteletten und die Haaren ein bisschen länger. Und das ist ja hier das Gleiche. Hier ein bisschen länger, hier ein bisschen kürzer, Koteletten und dann hier die Bad Boy-Friese. Ein bisschen chaotisch natürlich, ein bisschen 80er-Fokuhila vielleicht auch. Aber gut, wenn du das Gesicht hast, da steht dir fast alles. Aber wie gesagt, das hier steht dir dann nicht so richtig. Er ist immer noch ein gut aussehender Typ. Machen wir uns nichts vor. Aber wie gesagt, wenn du nicht dieses Gesicht hast und dann noch das Kinder-Styling hier, dann wird es halt richtig schwer. Und was hier aber auch relativ viel ausmacht, rechts in dem Bild, ist so der südländische Stecher-Typ. Das hemmt wieder bis zum Knie offen und ein bisschen braun gebrannt und man sieht, dass er Muskeln hat. Ein Kragen sieht auch oft ganz gut aus hier. Das sieht oft so ein bisschen Pinguin-mäßig, ein bisschen trottelig aus hier. Der lässige Kragen. Der Hals halt ein bisschen breiter, weil er schon mal eine Hantel gesehen und ein Fitnessstudio von innen gesehen hat. Die Schultern einigermaßen breit. Dann das kantige Gesicht, das ist Veranlagung. Kommt aber natürlich nur raus, wenn der Körperfettanteil einigermaßen im Griff ist. Und die Sonnenbrille macht auch was aus. Wenn das jetzt so eine spießige Lesebrille wäre, was er bei Lost teilweise auch anhatte, muss ich mal gucken, ob ich da ein Bild von finde. Dann könnte man das Bild hier recht theoretisch noch ein bisschen umwurschteln in nicht mehr ganz so Stecher-mäßig. Der Rocker mit dem intellektuellen harmlosen Touch durch die spießige Brille. Aber Sonnenbrille geht halt nicht in diese Schlaumeier- und Vernünftig-Richtung, sondern in die Stecher-Richtung. Dann haben wir den gleichen Typ nochmal auf irgendeiner Preisverleihung in Schick und am Strand mit der Knarre bei Lost. Und hier hat man so den längerhaarigen James-Bond-Typ. Und hier sind die Haare ein bisschen kürzer und glaube ich auch blond gefärbt, so wie es mir aussieht, weil hier ist alles relativ dunkel. Das heißt, da haben sie ihm wahrscheinlich ein bisschen Produkt reingeschmiert und dann noch die Haare hinterhältig gefärbt. Dann hier noch ein bisschen Blut im Gesicht, wie man es halt so hat auf der Party. Den Bart vernünftig rasiert, das ist dann natürlich noch den Schlafzimmerblick hier für die Ladies aufgesetzt. Und wahrscheinlich auch noch die Knarre im Anschlag. Und hier sieht man auch, hier ist es relativ braun gebrannt und hat Muskeln. Man sieht, der Hals ist kein dürres Ding, das heißt, und man sieht es hier, der ist ein bisschen gebaut, der hat ein bisschen Muskeln. Und hier links, was noch viel ausmacht in dem Bild, ist, dass er nicht glatt rasiert ist. Ja, das würde wieder vernünftiger und mehr Bankermäßig aussehen und nicht ganz so männlich und Badboy und so weiter, wenn er den schönen Bacht nicht hätte. Dann, das ist der gleiche Typ nochmal. Ja, das ist der gleiche Typ in 10 Jahre jünger mit Kinderfrisur, mit Mäuserupp-Schnitt. Und natürlich immer noch attraktives Gesicht und hier, das sind ja mehr Ecken und Kanten als sonst noch was. Und trainiert war er da auch schon und wahrscheinlich auch einen etwas niedrigeren Körperfettanteil. Aber macht halt viel aus bei ihm. Wie wir es hier rechts sehen, finde ich relativ erstaunlich, dass das der gleiche Typ ist. Und hier rechts von diesen Karo-Hemden bin ich generell kein Fan. Das sind oft so Nice-Guy-Hemden, wie ich es in meiner Jungfrau mit 40-Analyse auch sage. Aber gut, wenn du so aussiehst, dann kannst du auch ein kariertes Hemd anziehen. Trotzdem würde das hier wahrscheinlich nochmal krasser aussehen, wenn er das schwarze Hemd hier von vorne an hätte. Also hier dazu noch so ein schickeres schwarzes Hemd, dann noch ein bisschen Blut, wie man es auf der Party hat. Ja, ein bisschen angeschossen und sagst dann, komm, scheiß der Hund drauf, ist nur eine Fleischwunde. Lass uns mal was trinken. Ja, ihr wisst doch, wie es läuft. Ich brauche euch doch nichts mehr erzählen. Das ist er! Das ist jemand fürs Leben! Ja, ja. Und dann verlieben die sich, die sind so blöd. Und dann für die Ladies noch Kollegin Adele mit einer Transformation, wo sich natürlich wieder Leute aufgeregt haben. Das wäre ja Fettshaming, wenn sie jetzt dünn wäre. Das ist ein Quatsch natürlich. Er ist natürlich hier vollgeknallt mit Make-up, aber jeweils vollgeknallt mit Make-up hier auch. Von daher ist es schon okay, das zu vergleichen. Also auch da kann der Körperfettanteil so einiges ausmachen. Und wie immer kommt mir nicht mit dem Quatsch, oh, ist ja Fettshaming und bla bla bla, sondern ihr seid ja nicht euer Körper, sondern ihr habt halt einfach nur einen Körper. Und von daher ist es nicht ratsam, sich damit zu sehr zu identifizieren, sondern einfach sagen, okay, wie sieht es denn aus und was ist gut daran und was kann ich vielleicht noch verbessern. Und ja, wenn dann jemand eine Krankheit hat, warum es nicht geht, dann sage ich da natürlich nichts. Aber natürlich ist es in den meisten Fällen keine Krankheit, sondern die Leute haben entweder ein wildes Essverhalten oder oft auch psychische Dinger dahinter, die dann zu einem wilden Essverhalten führen. Ja und das Bild, das ist natürlich ein krasser Unterschied, ist aber auch trügerisch, weil hier wahrscheinlich null Make-up und hier, ja, die hat das mit dem Produkt ein bisschen falsch verstanden. Also hier ist das Produkt nicht in den Haaren, sondern eher im Gesicht. Beziehungsweise, was heißt falsch verstanden? Ich finde es durchaus attraktiv, aber natürlich ist es jetzt nicht die hundertprozentige unumstößliche Wahrheit, was wir dann hier wahrscheinlich wesentlich eher sehen. Den Kontrast hier fand ich auch relativ heftig und hier ist es mal andersrum. Hier wird sie relativ heftig geschminkt sein und hier, so wie ich es sehe, relativ wenig bis auf die Augen. Die sind wahrscheinlich zugekleistert, aber der Rest dürfte einigermaßen ungeschminkt sein, wenn ich das richtig sehe. Und hier ist es sogar so dünn, dass hier schon die Knochen rauskommen. Oh krass. Und hier ist sie dann nochmal aufgebrezelt in dünn und hat aber die Haare auch vernünftig. Die Auflösung ist jetzt nicht so der Knaller, aber ja, sieht sie gut aus, finde ich. Und die Bilder hier habe ich jetzt gerade erst gesehen, die kennt ich bisher noch nicht. Gut, die sind auch bearbeitet bis sonst wo, aber sieht natürlich trotzdem Hammer aus. Was steht da? Adele? Adele sends Saturday Night Live fans into meltdown as she is praised for glowing transformation. Scheint sie also wirklich zu sein. Hä? Warum nicht? Sei es ihr gegönnt. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgesucht und das hier scheint so das Höchstgewicht gewesen zu sein. Und wenn ich das richtig sehe, ist sie da auch noch wesentlich jünger. Und das Schminkgame ist noch nicht so auf dem Level, wie es heute ist. Deshalb, wie immer, kümmert euch gut um euch. Arbeitet an eurem Innenleben, an eurem Selbstbewusstsein. Und dann fällt das in der Regel auch wesentlich leichter. Beziehungsweise ist oft überhaupt erst möglich, sich um sowas wie den eigenen Körper, die eigene Ernährung, die eigene Gesundheit adäquat zu kümmern. Denn natürlich geht es hier bei dem Thema auch nicht nur um, wie wirke ich und wie komme ich jetzt besser an. Ist natürlich auch ein Element, aber natürlich geht es auch um Gesundheit, gerade was so den Körperfettanteil angeht. Denn ja, mit ein bisschen Körperfett muss jetzt nicht zwangsläufig ungesünder sein. Aber das gilt natürlich auch nur bis zu einem gewissen Level. Das heißt, wenn es dann zu viel wird, wenn es dann zu viel ausufert, dann geht das, wie ihr wisst, relativ stark auf die Gesundheit. Ja, das soll es für heute mal gewesen sein. Gerne reinkommentieren, wen ich noch mit reinnehmen soll. Ein paar Namen habe ich schon gelesen. Chris Pratt habe ich für heute vergessen. Ja, der hat auch eine relativ heftige Transformation durchgemacht. Und ansonsten gerne mal reinkommentieren, wer euch da noch so in den Sinn kommt, wen ihr noch kennt, wo das auffällig ist, die Transformation. Und dann sehen wir uns wie immer beim Coaching im nächsten YouTube-Video oder im Next Level Forum. Links dazu sind unten in der Beschreibung. Gerne mal reingucken. Bis dann, haut rein, macht's gut, ciao. Ich seh wirklich verdammt gut aus. Ich würd nicht vögeln. Und jetzt gehen wir jetzt aus. Überläin. Ich seh diene Kr alternative.